Zurück bei JBTV, weiter in unserer Live-Reportage. Wir sind hier gerade bei unserem nächsten zu interviewenden... Grüße wohl! Ja, guten Tag wohl! Wir sind von JBTV und würden gerne mit Ihnen ein paar Interview stellen. Dürfen wir das? Ja, machen Sie, machen Sie. Wie gesagt, es sind erst kürzlich komische Sachen passiert hier im Dorf Menzenau. Wissen Sie näher das dazu? Ich sage dir eins. Da ist schon viel passiert. Ich sage dir das. Da habe ich schon alles gesehen. Aber zuerst mal... Nicht so back, ich höre gut. Ich höre sehr gut. Ja, ja. Aber erst kürzlich. Vergangene Woche hat jemand die ganze Zeit um sich herum gespürt. Eine andere Person hat etwas gesehen im Dorf. Eine grüne Gestalt. Wissen Sie zu dem etwas? Ich sage dir eins. Lächste Nacht bin ich gerade noch hier beim Metzgen. Ich habe zwei Kopf gemacht. Und dann hat das... Donner hat auch gemacht. Du glaubst es nicht. Es war so... Es war so. Und grün war es. Und grün war es. Und grün war es. Aber weisst du was? Ich habe keine Zeit hier noch lange. Ich muss auch wieder arbeiten. Und... Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci viel Mal. Das wäre es gewesen. Mit unserem... Mit unserer Person vom Bahnhof. Auf Wiedersehen.